Peace Freunde, was geht ab? Ich bin Loco und wir sind heute wieder auf dem SEK Porsche Grind. Wir gehen direkt rein. Wenn du das erste Mal auf mein Video geklickt hast, würde mich echt riesig freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ich wünsche dir jetzt wundervoll. Viel Spaß. Wir gucken nochmal gerade. 32.300 XP haben wir mittlerweile schon. Also seit dem Grind haben wir knapp 6.000 XP schon geholt, Leute, in 5, 6 Videos. Das läuft, Leute, das läuft. Der SEX, äh, der XP Boost hat natürlich auch noch viel dabei zugetragen. Aber das interessiert auch nicht, Leute. Der war ja eben am Nerven. Mal gucken, was er jetzt macht. So, ein Automat wird ausgeraubt. Ich will sagen, wir haben schon direkt den Automaten. Der ist direkt hier vorne. Mann, hey, jetzt echt nicht mit gewartet. Okay, Leute, unbedingt das Video, unbedingt noch das Video liken und jetzt viel Spaß bei diesem SEK Grind hier. Ich, ich, äh, lass mal gerade, ne, ist da hinten. Okay, bis gleich. Okay, Meinungsänderung, der Jubiläer wird ausgeraubt. Das war wahrscheinlich ein Raubzug. Uiuiuiui. Okay, ich hör Waffen. Ei, 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 ei. Geil. Ei, yo, er hat mich komplett hops genommen. Ich habe ihn aber hops genommen. Wieso hat der Taser nicht getroffen, ey? Egal, den haben wir, Leute. Den haben wir mit den Waffen. Easy, easy, easy. Wir lassen hier keinen kommen. Und wer jetzt Cuprusher schreibt, wenn ich das Feuer probiere, soll ich jetzt nochmal 10 Sekunden ihm hinterherrennen oder was? Also ihr könnt euch euer Kommentar sparen. Ich ziehe das hier durch. Der geht sowas von in den Knast. Zack. Und weg mit dir. Boom. 40. Mit Waffe nur 40 XP hat der. Ja gut, immerhin, Leute. Das ist ein guter Start. Das ist ein guter Start. Ich glaube, ich blitzchen mal gerade. Ares Tankstelle, Werkzeugladen. Obwohl, da hinten ist auf jeden Fall was. Und wir müssten eh zum ADAC. Checken wir mal kurz ab. Oh, ja. Hier vorne. Der Bugatti ist es wahrscheinlich. In dem schon so viele hinterherfahren. Ne, der Lambo ist es. Der war ein Lambo. Nicht gegen irgendwas fahren. Oh, no, 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 no. Dein Auto ist gleich kaputt, Leute. Jetzt zieht der Lambo halt voll weg, ne? Was ist hier los? Oh, mein Gott. Ups, das war ich nicht. Äh, hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Okay, wir geben weiter Gas. Oh, Lambo. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Gibt's ein ADAC? Ups, ADAC, ADAC. Schnell. Bitte, ADAC. Ah, goddammit, Leute. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn er hoffentlich kommt. In der Zeit tanzen wir ein bisschen. Lol, Leute. Guckt euch das an. Ah, war echt zu spät dran. Haben wir was da gelassen? Ja, haben wir nichts, nicht alles gekriegt? Ja, du, ich krieg euch eh nicht. Das ist das Ding, also... Ich muss eh ein Energy trinken. Ja, Leute, was soll ich da machen? Mein Auto ist halt einfach eh kaputt. ADAC kommt auch einfach nicht. Was ist da los? Ist ja jetzt schon nicht mehr da. AD, ADAC. Leute, vielleicht können wir mit dem Zug zurückfahren. Hat wer auch was? Oh nein, das ist der Zug, der in die Richtung fährt. Oh no, ich dachte, das wäre auf der anderen Seite. Ja, ne? Kommt alle acht Minuten, ne? Dann können wir uns ausloggen, wenn der jetzt alle acht Minuten kommt. Ja, nur drauf haben, ob macht es denn alle acht Minuten. Als ob ich jetzt acht Minuten warten würde. Leute, verfolgt ihr schon wieder einen Unschuldigen? Können wir hier rein? Ja, ne? Zack. Kommt da noch einer? Bus, glaube ich. Kommt hier lang. Täuschen mal eben so ein bisschen an hier, zum Juwelier. Oh. Was denkt ihr, wo waren die Schüsse? Auf der anderen Seite, bei Feuerwehr. Fahr da nochmal hin. Das ist ein Polizist, der durchdreht, wahrscheinlich. Ui. Ja, ein Polizist liegt hier. Oh, da hinten. Was ist denn da los? Eieieiei. Der ist es auf jeden Fall. Eieiei, Mann. Komm nicht raus. Ne, der hört es nicht. Wer hat ihn denn abgeschossen? Wer hat ihn abgeschossen? Bist du? Nice. So, haben wir den Ersten. Der war ja einfach. Wer bist du? Team. Team, ne, du bist nicht. Du bist nicht. Ab in den Knast erstmal mit dir. Unser Auto ist auch wirklich fast wieder hinüber, Leute. Oh mein Gott. Das muss ich ehrlich ganz schnell... Ey, ey. Oh, falsche Seite. Äh, sehr gut. Zack. Das ist echt insane wieder hier. Kann man hier ein Remote machen? So ein zick, 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 zick. Chico White. Chico White, White, White. Braucht Unterstützung. Da fahren wir mal hin. Wo ist das? Hinter. Da hinten. Okay, wir müssen eh zum ADAC. Vorne ist ein ADAC. Meint ihr, der schafft es bis zu mir? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl... Ach, der holt ja wen anders raus. Gibt es noch ein ADAC? Notruf. Ah, warte, kannst du mich nicht mitnehmen? E rein, los. Leute, in der Zeit konnte ich einfach blitzen und der kommt einfach. Das hat sich alles perfekt ergeben. Und vier Leute geblitzt. Habe ihn dafür nicht geblitzt. So auf Ehrenbasis. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Geil, Leute. Kostenlose Reparatur. So lieb ich es. Jetzt ist es auch nicht so schlimm, wenn ich es nochmal kaputt fahre. Wir wissen, ein ADAC ist am Start. Das wäre jetzt keine Herausforderung, Loco. Bisschen in die Stadt können wir ja mal ohne Umfeld schaffen hier. So, weiter geht's. Jetzt haben wir euch Vollgascape. Ich will nie bremsen. Ich drücke immer nur W. Einfach immer nur geradeaus. Vorwärts, Leute. Uh, das war knapp. So, wir fliegen auch hier rüber. Uh. Heilige. Oh, Schüsse. Was in der Bank ist oder hinter der Bank? In der Bank ist nichts. Okay. Hier ist aber auch nichts. Hier ist weder Dealer. Noch ist das offen. Hm. Wo kam die Schüsse her? Der Werkzeuglade wurde ausgeraubt. Du kannst mich gleich schon wieder mitnehmen, Bro. Mein Auto ist schon wieder fast hinüber. Oh mein Gott. Da sind jetzt aber viele. Da sind jetzt aber sehr viele. Oh, ich hab mich gut verfahren. Kriegen wir ein Au. Ja, macht das mal. Ich nehm die denn trotzdem noch mit. Ich find euch trotzdem bestimmt noch. Das sind nur drei XP. Ich hatte zehn im Kopf. Schade. Schade Marmelade. Er wird einmal nur im Kreis gefahren sein. Kann er ja auch fast nur. Entweder kommt er hier jetzt wieder raus. Oder er ist halt hochgefahren. Oder geradeaus. Kann auch sein. Ja. Ja, check. Wir fahren weiter hinterher. Da vorne. Hä, weißt du ab. Wir sind sogar noch gekommen. Das. Äh. Du hast ihn verloren? Geht, da vorne. Ah. Oh, no. Warum erschießt du ihn? Pasern nicht erschießen. Ach, egal. Ich schreib nix. Zwischen. Ja, easy. Perfekt. Dann nehmen wir doch gerne an. Danke, danke. Boah, Leute. Wir müssen unbedingt zum ADAC. Titschill immer noch, Leute. Geil. Oh, man. Aber gerade kein ADAC hier, ne? Der einmal sagt. Ja, komm. Ich repariere das für dich hier. Gar kein Thema. 3000, ey. Uff. Der Klamotten-Stort. Oh, ey, Leute. Diese Lenkung macht wirklich keinen Sinn, Alter. Die haben irgendwas in... Ey, so wirklich. Das fühlt sich so schwammig an. Das wäre meine Reifen platt. Junge. Mach da mal ein bisschen Luftdruck drauf hier. So. Vollgas in Richtung Klamottenladen. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Vollgas, Vollgas, Vollgas. Ich habe irgendwie eine dumpe Vermutung, dass eventuell der Kollege, der hier an uns vorbei geschippert ist. Guten Tag. Ja, ja. Würden Sie einmal für mich anhalten? Oh ja, sehr gut. Wunderbarchen. Sehr schön. Das war Nummero Uno. Okay, okay. Oh, okay. Okay, okay. Easy. Auch wieder gecuff-rusht. Na, banana. Bana. Na, banana. Ha, ha, ha. Oh Gott, Leute. Ist das geil. Ich feier das so brutal. Aber läuft gut. Läuft gut eigentlich. Zack, zack, zack. Da hatte er die Reichweite. Eigentlich war der wieder voll weit. Konnte die bis hinter ihn setzen. Was ist mit denen? G-g-g-g-g. Ne, du bist leider nicht kriminell. Schade. Ich verstehe leider nichts. Ich verstehe gar nichts. Äh, so nothing. Äh, sub. Loco auf YouTube. Loco auf YouTube. Nee, hehehe. Hehehe. Vielleicht zieht er sich morgen. KOMMIDIARDI. 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 Ah, Leute. Aber ein Gefängnisch mit dir. Aber das Gefängnisch mit dir. Hey, da ist der andere Kommandant. Den wir verhaftet haben. 214 XP haben wir auch schon. Sehr stark, sehr stark. Nope. Bin nicht zu 8k. Dadadadada. Und ein Verkaufsautomat wurde ausgeraubt. Mal gucken, ob wir den noch erwischen. Das wäre natürlich der Knocke. Wir fahren sehr hohe Geschwindigkeit. Der ist auch noch grün. Ich habe das Gefühl, das wäre der Dude. Die Polizei verfolgt ihn auch schon. Ja, wir drehen einmal und geben wieder Vollgas in die Richtung. Meint ihr, er ist rechts? Ich würde sagen, er ballert durch. Oh, war er das? Das könnte ja gewesen sein. Alter, was ist eine Bremsung, Leute. Was ist eine Bremsung? Okay, wo? Nee, ist keiner. Oh, mein Tank ist leer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, Leute, hier war ein Autofüll. Ich wünsche euch, das ist das Ende dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hier sind noch zwei Videos von mir. Vergesst nicht, dem Kanal noch ein Like zu geben. Und wenn ihr neu seid, unbedingt zu abonnieren. Ich wünsche euch jetzt auch viel Spaß. Und einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute.